Guten Morgen Leute und damit herzlich willkommen zum zweiten Tag in Bad Ischl. Und heute mache ich was ganz Besonderes. Ich fahre nämlich nach Hallstatt und mache so eine schöne Fotos. Aber zuerst gehe ich jetzt noch frühstücken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich bin jetzt in Hallstatt angekommen und jetzt werden ein paar Fotos gemacht. So Leute, ich habe jetzt gut gegessen. Einen Apfelstunden nach Wiener Art. Und ich habe auch ein paar schöne Fotos gemacht. Die seht ihr vielleicht jetzt schon eingeteilt. Oder ihr findet sie auf meinem Instagram Account. Es ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. So Leute, ich bin jetzt vom kleinen Hallstatt Trip zurück. Jetzt gleich gehe ich noch in den Ort hinein, um mir billige Kopfhörer zu kaufen. Weil ich habe meine Zuhause vergessen. Die werden auch nicht teurer als 5 Euro oder so werden. Und die versuche ich jetzt noch schnell zu bekommen. So, mittlerweile ist es jetzt draußen schon dunkel geworden. Und das war es jetzt auch vom heutigen Vlog. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr euch einen Daumen nach oben da wisst ihr uns beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.